Nach mehr als zwei Monaten ist es jetzt raus. Der kleine Eisbär im Tierpark Berlin ist weiblich. Das rauszufinden bereitete den Tierärzten Mühe, da sich das Mädchen durchaus zu wehren wusste. Wir haben schnell festgestellt, es ist ein großes, kräftiges Tier. Es wiegt gut 8,5 Kilogramm. Und es ist ein Mädchen, die schon Tatzen hat, die so breit sind und mit Krallen bewährt. Er ist ein Einzelkind, hat die gesamte Milchbar sozusagen für sich gehabt. In den nächsten Wochen ist noch ein zweiter Tierarztbesuch geplant. Wenn weiter alles gut geht, sind die Kleine und ihre Mutter Tonja im März das erste Mal gemeinsam für die Besucher zu sehen.